Es wird schon schwieriger, weil ich den richtigen Weg nicht mehr zurück gewonnen habe gerade. Und deswegen dann laufen müsste. So, was sind denn jetzt hier Eimer? In irgendetwo. Dein Herz jetzt. Wir haben ja so wenige Truhen. Wir haben hier kein Scheiß-Suchsystem, mit dem ich sie suchen könnte. Ne? Schau mal jetzt in meinem Haus. Wie ist das gut? Schöne in deinem Haus, wenigstens. Wie ist das? 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 Hier, Eimer. Da, bitte schön. Eimer weiß ich wie man gebrauchtet. Das war gerade ein Beispiel. Ich weiß auch wie man einmal gebrauchtet. Ne? Ja. Ich habe jetzt kurz das krassere Rezeptbuch von Badlinern gemacht. Noch besser als ihr Scheißbuch bist, ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Gleise gesucht habe, die ich neu freigeschaltet habe. Jetzt kann ich dir sagen, wie man sie gebraucht hat. Weil jemand nur hier, ne? Hier, E, Gleis. Was? Oder China ist das, glaube ich? Ne? China? Ja. China? Wow. Ich habe noch einmal. Ich habe schon oft. Sorry. So, erinnert man brauche ich nicht. Kees brauche ich nicht. Kees brauche ich nicht. Federn brauche ich nicht. Beine nicht. Die Stämme nicht. Die Spinnen auch nicht. Die Fackeln, ja. Die Schneeball, ja. Die Grollen nicht. Den Faden nicht. Den Teppich, ja. Das Leder, lass mal. Die Feuerstein nicht. Und das schon. Ich bin da wieder drüben, ne? No. Das wollte ich nicht ganz so lange machen, ne? Ja, aber was ist gut. Wie lange magst du mal? Halb eins. Dann schicke ich dir nach Hause. Na bitte. Wenn du zum Beispiel unterkommst. Da bin ich vielleicht nicht ganz so müde wie heute morgen. ist jetzt auch mal wieder mit welchen rentnern nicht mich umgeben muss gesagt wenn er was weiß ruft er zurück das ist jetzt zwei stunden her das fehlgrund warum ich noch vorhin anrufen habe weil mit glaube wenn ich mich anrufe da kommt eh nichts aber er hat gesagt ist dann vorhin vor der dienst immerhin schon mal das aus welchen farben mischt man sich pink zusammen du musst jetzt der pinke blumen ist ja keine ahnung wie man sich zusammen ist erstens ist die sache willst du nicht was kürzbäume so ein richtiges kürzbäume aber auf der anderen seite aus welchen farben könnte pink bestehen also könntest du aus denen pink machen aber aus welchen farben könnte man sich pink zusammen mischen zu der rosa was meinst du brauchst du ja eigentlich gerade ein püppchen haus oder was ja cool da will ich bestimmt nicht drin wohnen ich bin kein püppchen sonst wo bist du selbst zack dann gucken wir mal was was meinst du der alte das ist jetzt nicht meine frage auf mich noch bezogen sondern generell einfach auf kunst meinst du denn aus was pink besteht aus welchen farben welcher farbe sie immer noch ähnlich wo weiß was war daran jetzt schwer ich glaube das war auch das ding ist ja ich möchte eigentlich bezeichnen wie der pink bekommst und ich habe die beiden wirklich keinen genannt aber du hast ja ansteigen keinen bock drauf aber falls ich fast weil du weiß bekommst vorhafte knochen mehr nochmal um dann hast du die antwort ja das muss ich auch schon ja du wirst jetzt nicht dass man farben mischen kann also muss man immer vom schlimmsten bei dir aus ich wollte ich habe jetzt ein pinkes haus gemacht weil mit dem glöcken noch nie so wirklich gebaut und ich finde die eigentlich ganz cool ist ein barbie haus gebaut habe ich glaube ich habe mich da jetzt hoch gebaut ohne feuer mir die acht wasserleiber zu füllen das sind voll matze sinnvoll jetzt ist noch mal machen bitte ich habe jetzt hier acht wasserleiber gefüllt jetzt brauche ich jetzt denke ich bin ja immer bloß ein paar blöcke es gibt ja nicht und ich wollen müssen davon einfach direkt wieder ab so die sache ist dieses dingster ich schaue sind auf items möchte ob ich anwerbe irgendein rezept wissen wollen dann möchte ich das kurz an und guckt das nach wenn ich nicht im video nehmen muss weil ansonsten gibt mir jetzt gerade auch den sack da rechts an der seite so ich habe jetzt in jeder ecke ein wasserleiber zu kommen weiter strömung bekommen und egal wo jetzt hier ein creeper reinfällt würde er dann eben von der strömung hier in die mitte getrieben werden und die fans jetzt blockieren zum einen das wasser wie gesagt und das passt wieder nicht die dann so eben auf den lagerfeuern landen und gefarmt werden würden als nächstes nehmen jetzt wieder unsere baublöcke diese mauer die wir gebaut haben noch mal um zwei weitere blöcke erweitern das bedeutet wir würden jetzt einmal komplett und so als nächstes nehmen wir wieder unsere baublöcke 346 baublöcke gefahren wie lange wirst du jetzt scheitert ja auch mal wird einfach in der schalker farm bauen und daraus eine krüpfung zu kommen ich weiß nicht überhaupt das wissen als ich die ablauber gezählt ich bin ich habe das was wäre ich ein solider blocker die ablöcke so zack habe ich gemacht das jetzt mal herum gehen und überall jeweils noch mal zwei blöcke platzieren so dass wir dann hier eine etwas höhere mauer haben die insgesamt drei blöcke hoch ist wenn wir das gemacht haben sollte das ganze so aussehen und dann würden wir uns noch mal in irgendeine der ecken stellen und hier einen block platzieren und dann quasi diagonal davon noch mal einen weiteren block der erste block kann dann allerdings wieder weg wir wollen jetzt nämlich quasi noch mal so einen rahmen bauen der denn hier auch wieder quasi fünf blöcke seitenlänge hat wenn wir jetzt auch einmal entlang machen wenn wir das fertig haben sollte es bei euch dann etwa so okay danke was soll ich sagen funktioniert ich habe keine super ich brauche die körper haben jetzt mit zwei herzen weiter das ist entspannt platziert ich kann überlegt ob ich das was passieren muss ich kann spazieren ich bin halt echt zu doof dafür lol das wusste ich gar nicht hinsicht duft dafür wieso ich bin halt echt zu doof dafür ne ich steh mir in eine ecken jetzt hier im block ne so ich bin halt echt zu doof dafür das ist echt zu hoch ne steh mich jetzt hier in die ecke klar ich bin ein eckenkind ne blog so trotzdem das kann jetzt stehe ich gerade ein bisschen auf dem schlauch ne stehe ich gerade ein bisschen auf dem schlauch ne ne ja ich überlege gerade weil ich gerade so doof dafür bin was zu checken so jetzt habe ich es jetzt jetzt habe ich es jetzt habe ich es einfach noch wirklich zu doof dafür ja ja damit ich bin ja ja damit ich bin ja das stimmt wir ja das stimmt wir haben ja nicht ja das stimmt das passt das so jetzt passt das das ist falsch jetzt passt das der dann hier auch wieder quasi 5 blöcke seitenlänge hat wenn wir jetzt auch einmal entlang machen wenn wir das fertig haben sollte es bei euch dann etwa so aussehen jetzt auch nochmal wichtig wir werden jetzt nämlich quasi von dieser seite überall einmal Falltüren platzieren und dann von dieser seite auch nochmal Falltüren und später werden die Kuiper dann quasi denken dass sie über diese Falltüren eben rüber zu den okay Ok. Jetzt bin ich die Piener. Nichts wird passieren. Das sind natürlich nicht. Als Schneemännern kommen, die denn hier sein werden. Und damit es allerdings nicht passiert, werden wir sie einfach umklappen. Das sorgt jetzt nämlich dafür, dass die Kieper trotzdem noch denken. Und 4... 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3, 4... Hm, der Bestopte immer noch nicht. Oh, das ist ein Ding. Er hat Strix. Oh, in front of man sick. Nein. Welche Pfeiltür? Weißt du eigentlich wie dumme Mobs sind? Cool. Sie können die Pfeiltür nicht laufen, also durch. Genau, die denken die können da drüber laufen, weil es ja ein fester Block. Guck mal, wenn die offen sind, ist es ja durchlässig. Wenn die Pfeiltür nicht mal aufhören, werden falsch. Wäre das auch ganz nett. Gut. Mann, Minecraft. Nicht runterfallen. Ich habe gerade versucht, was zu korrigieren. Du fällst da einfach wieder runter. Mann. Hässlich ist etwas. Was? Mit der Seite gerade was korrigieren. Da fällst du mir dann mal den Scheiß Block runter. Ne? Mann. 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 Alter, von wo kommst du denn, du siehst ja beschissen aus. Das werde ich mal gehen, wenn du auch was falsch hast. Jetzt habe ich extra die Vorrichtung gebaut und jetzt bin ich nicht da und du kriegst jetzt den Erfolg. Ja, danke für nichts. Weißt du, was das Gute ist? Ach, scheiß drauf, Junge, ja, lass mal. Jetzt sagen, ich kann mir aber auch hingehen und dann blitzt es nochmal und dann krieg ich dann auch, aber scheiß drauf. Ja. 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 Jetzt machen wir jetzt den Käfig in der Mitte, wo die Schneemänner drinnen sind. Und diese Schneemänner werden wir dann quasi anlocken und dazu bringen, dann hier hinunter zu stürzen. Und das kommt hier in die Mitte und was wir dann hier quasi machen, ist es insgesamt einmal sieben von unseren Slabs zu platzieren, sodass das Ganze dann quasi so aussieht. Und als nächstes dann nochmal ein Bett hier hin, das dann quasi die Lücke auffüllt. Dabei ist es wichtig, dass es ein Bett ist, weil das ein bisschen höher ist als Slabs. Ihr könnt das schon sehen. Ja, wo kommt jetzt auf einmal das fucking Bett her? Ja, wirklich. In meinem Ding war nie was von Betten zu lesen. Jetzt kommt er auf einmal mit einem fucking Bett. Ja. Was tun muss. Ja, vor allem die Zauberer, da habe ich auch vergessen. Die habe ich vorhin mitgenommen, weil das in einem Ding stand. Jetzt kommt er damit. Platziert hier in die Mitte ein Bett, um die Lücke aufzufüllen. Soll ich mir jetzt ein Bett bitte hernehmen? Es gewittert euch mehr, ne? Ja, John. Ich habe nichts mehr gehört. Doch, jetzt gewittert noch. Überspannungsschutz. Nur wenn du nichts dagegen hast, ich klaue dir einfach mal ein Bett, ne? Ich glaube, du hast nichts dagegen, ne? Oder? Ich habe es einfach mal gemacht, ne? Na, ich habe mal den Hex eingebaut, oder die geht mir schon auf den Sack. Ach, der hat zur Hexe gewonnen. Ja. Null. Sorry, Bro. Ah. Er tankt auf ein paar mehr Blitze. Ne? Ja, jetzt sieht er halt an, ne? Die Blitze. Ja. Wie sei es, wir haben noch kein Trine, ne? Aber es gibt noch ein Achievement mit Gebitter. Aber dafür müssten wir halt einen Trine, damit wir entsprechende Verzauberung haben. Weil das, was gerade mit ihm passiert ist, dürfen wir ja auch noch ein Achievement. Bloß, dass man es selber mit dem Trine machen muss. Ne? Hm. Ja, da wird man ja dann auch... Genau. Trine mit der entsprechenden Verzauberung, wirft so auf ihn, ne? Da schlägt ein Blitz ein, und er wird zu Hexe, das ist auch noch ein Achievement. Ne, ich kann den Verzauber nicht machen. Also fette Seite, das wäre mir nicht so ein Gefahr und so. Hm. Ich bin schon wahr, warte. Findest du nicht? Ja. Ich sag jetzt mal nichts dazu, ne? Aber, ne, äh, ne, Quatsch, alles gut, alles gut. Ich dachte grad, bin ich doof und hab vergessen, Borde mitzunehmen. Aber ne, stimmt, ich hab dir einfach ein Bett geklaut. Stimmt. Ich dachte grad schon, ich bin doof. Ich hab das eigentlich vergessen, aber ne, alles gut. Ne? Ja. Ja. Andersrum, ich hab das schon wieder vergessen, da ich die im Bett geklaut hab. Was ist im Keller? Ich mag dieses Dorf, echt hier, ne? Guck mal. Er ist der einzige Bewohner. Hm. Ne? Ja. Ich hab das hier letztens schon entdeckt hier, dieses Bergdorf, weil es geht da oben auch weiter. Ja? Hab da überall geguckt, ob da vielleicht jemand ist, weil ich auch erst überlegt hatte, hm, vielleicht tradest du einfach die restliche Wolle, die du brauchst, ne? Du weißt, ein paar Teppiche oder Wolle oder so. Dann hab ich festgestellt, er ist der einzige Bewohner von diesem Dorf. Ne? Und er ist noch nichts nutzt. Das kommt auch dazu. Ne? So. Hier gehen aber diese Dings hier. Äh. So. Brauchst du nur Taschen tun. Ja, noch steht da Tag 22. Wenn du es jetzt nächstes Mal anmelden, steht da was anderes. Ne? B. Naja, ich hab's doch jetzt auf den Server gepackt, weil du... ... und den Springer angefangen hast zu decken, als wir uns zu weit voneinander entfernt haben. Und die Zeit läuft ja weiter, wenn wir jetzt auch nicht anhalten. Deswegen meinte ich ja auch, wenn ich die... ...Überform fertig hab, ob wir dann uns irgendwie nach einem Tag oder auch ein paar mehr einloggen, ... und dann ist da glaube ich alles voll. Mit Gun-Bruder. Aber ich soll ja schon 1800 noch was in der Stunde machen, ne? Ne? Ja. Ja, aber schön, dass wir gerne Powder drankriegen, aber kein Zuckerrohr da, ne? Wieso? Zuckerrohr wächst doch da. Ja, aber ob das reicht? Hm, wir können auch noch eine Zuckerrohrform bauen, mir ist das egal. Ja. Ja. Ja, das ist doch genau. Können wir machen. Wahrscheinlich jetzt. Placen. Jetzt versuche ich gerade erst mal ein Bett reinzuplacen, und ich verstehe gar nicht, wie ich das machen soll. Ja. Er hat das Bett irgendwie einfach mal reingesetzt. Wie so ein... ...meister. Nein, gib das Bett hin. Ja, wird es so. Jetzt sag mal dazu. So, wir zu dem Bett holen, und Bett reinsetzen. Das Bett ins Wasser gefahren, die ist seitdem, dass es ins Wasser fällt, ja. Das ist Korn, ja? Hm. Also, Autorausgabe-Bett. Ja, jetzt Spaß. So was. Ähm. 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 Er sitzt erst da rein, hä? So werden die Stilte quasi so aussieht, und als nächstes dann noch mal ein Bett, Okay, okay. Er hat gegen die Steppe geklickt. Okay. Weiß sie. Ich geh mal kurz mal ins Bett um. Ich glaub dir aber diesmal keines. Ich hab doch vor Augenblick ein Schaf gesehen. Das... Das schneide ich kurz mal. So. Ja. Ja. Oder? Warte mal. Warte mal. Ich geh kurz auf. Ich denk mir so, jedes Item ist gone, aber ne. Ja, doof, ne? Das wär ein bisschen dumm. Ich dachte die ganze Zeit so. Ja, wenn die Items wieder da reinfallen, dann verbrennen die auch safe. Aber hä? Warum sollten sie das? Dann wird die ganze Farm ja keinen Sinn machen. Fällt mir grade so auf, ne? Ne? Ist mir grad so aufgefallen, dass die Items logisch einfach nur in meinen Kisten landen, so wie es soll, ne? Ja. Also auch das Bett. Weil es da runter gefallen ist. Ja. Ja. Ein. Ein Checking. Ja. Ja. Die Sache ist, ist so platziert wie hier geworden. Er hat dann einfach das Bett hier reingeklickt. Das hat funktioniert. Ich hab nichts gesagt. Dabei ist es wichtig, dass es ein Bett ist, weil das ein bisschen höher ist als Slabs. Ihr könnt das schon sehen. So werden die Schneemänder dann später die richtige Höhe haben, um die Kübel auch zu triggern. Und die anderen Blöcke müssen dementsprechend ein bisschen weiter unten sein, damit das eben auch so funktioniert. Die sollen nicht höher sein als das Bett. Und was für eine Farbe ihr beim Bett benutzt, ist natürlich total egal. Als nächstes würden wir uns dann unsere Zäune nehmen und dann hier quasi einmal einen Ring aus Zäunen platzieren, sodass quasi nur noch das Kopfkissen frei ist. Und dann würden wir noch... Also für mich klingt das so, als bräuchte ich gleich noch ein paar mehr Bett. Aber nur so ein Vermutung. Ne? Ne, die Zäune denn? Bro, wo ist schon da? Nichts. Keine Zäune platzieren. Kein Dinges. Kein Dinges. Kein Dinges. Kein Dinges. Kein Dinges. Von mir meintest du? Hm? Ich bin da, wo wohnert der hier drin. Und die Chatter. Geil. Ich bin da, wo wohnert der hier drin. Ich bin da, wo wohnert der bei dir. Ich bin da. Ich bin da. Kein Dinges.